Okay, wir sind wieder da, holy shit. Und damit, halli, hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Poppy Playtime Chapter 3. Heute starten wir im Game direkt. Ah, ich glaube, wir müssen nochmal drücken. Ah, doch jetzt, okay, Achtung, jetzt startet's auf. Okay, hoffentlich geht's jetzt direkt drüber. Ah ja, danke, ich dachte schon, wir müssen das nochmal ganz machen. 3, 2, 1. Ach du halbige Scheiße. Na ja. Ja, gut. Okay. Ist das Home-Fried-Home? Nee, nee. Oh damn. Oh ja, das sieht richtig aus. Ja, das ist richtig. Oh nein, oh Gott. Och, Mensch. Hallo. Wir sollen da ja eigentlich nicht rein gehen, den hat sich so eine Gasmaske oder so. Ja, okay, dann gehen wir halt durch. Unsere Hände sind weg. Ichi, ichi. Wir sind raus vom Gas raus. Und wir haben keine Hände mehr. Okay, jetzt jede Tür öffnen hier. Happy and fun way was it done. Okay. Ich hab was gehört. Oh nee, das ist so ein Rätsel. Gehen wir links oder rechts? Rechts, ja. Den Kratzspuren nach. Stay tuned for more. Danke, das war's. Hab' ihr gesehen. Ich will nicht. Wann kommt's? Hier. Ich mach' hier gar nichts mehr. Und was hast du heute noch so vor? Das für nichts dran vorbei. Einfach in den Gang den Jumpscare geniessen. Ach komm, nee, das wäre noch schlimmer. Oh nee. Ernsthaft? Wir gehen jetzt dem Typ entgegen. Ich geh was zum Fick. Okay, da hinten kommt's jetzt gleich hier rechts. Wie leuchtet's? Ich schau dich an. Jetzt musst du auch schauen. Ich muss auch schauen. Jetzt geht sie wieder zu, weiss wie. Oh oh, hat hier ist ein Fernseher? Okay, let's go. Oh oh, nein. Welcome home. Oh, lauf, 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 lauf. Ja, dann dreh dich, du. Ich kann nicht schneller. AAAAAAAH! Was ist das? Ich kann nicht schneller lau... 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 Okay, das musste so sein, dass wir geschnappt werden. Sehr schön. Danke, dass es vorbei ist. Wir haben unsere Hände wieder. Geil. Ach, der Heilige. AAH! Oh, da ist das rote Gas wieder. Ach, Dega. Aber können wir den hier anschalten? Hier. Ah, ja. Vollgas! Ich weiss, für was das Gas ist. Ja, das ist Albtraum-Gas irgendwie. Wo sind die runtergefallen? Ah, AAH! Äff, equip the mask. Ah, dann haben wir immer Albträume. Deswegen passierte das vorher mit dem... Schau an die Decke. Always look up. Also, äh, hier rüber? Kann man das irgendwie wegnehmen hier, das Ganze? Ah. Äh. Ja, gut. Das sind die ganzen Kinderzimmer. Okay, hier brauchen wir eine Batterie. Die liegt im Boden. Ja, aber zwei brauchen wir. Okay. Wie viele Türen? Ja, das ist ein Waisenhaus. Ja, jetzt sollen alle in Einzelnen pennen. Ist in diesem Raum hier noch was? Ah. Dann kommen wir safe durch. Mal springen. Ja. Ja. Okay. Es bleibt spannend. Das sind Kassettenspieler. Ah. Nicht, dass nochmal so einer rausspringt. Also, hier gab es wirklich nur eine Kassette in diesem Raum. Geil. Ah. Oh, oh. Hier, dringend. Ah. Ah. Hallo? Kann man zu dir hierherziehen? Ja, komm. Vielleicht hier eine Batterie im Raum. Ich komme nicht zu ihr, oder? Nö, ich sehe keine Batterie. Naja. Hey. Schöne Zeit noch. Schönen Tag. Ah. Ist hier irgendwo... Ah. Ist hier noch was? Ach, Digger. Juhu. Okay. So. Oh, bist du, Alter. Ist hier die Batterie? Ja, ich weiß, Alter. Okay. Okay. Gugeligo. Ja. Das ist so schön. So. Jetzt sind wir schon wieder oben. Oh, yeah. Let's go. Oh, shit. Ist aber nicht so geil. Ich meine, das ist alles brennbares Zeug. Hier haben wir jetzt aufgemacht. Ja, das ist normal, ne? Das passiert hier. Okay. Ja. Schauen wir hier nach links noch kurz. In den Teilern, ja. Schauen wir hier. Aber ist jetzt da? Ah, ich weiss, was wir machen müssen. Da ist so ein. Wo muss das hin, ist die Frage. Ja, drüben, habe ich irgendwo was gesehen. Ah, da oben. Durch, 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 durch. Hier hat's noch mal. Ah. Da. Doch, 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 doch. Ja, eingesperrt. Oh, nee, die Babys. Oh. Eigentlich habe ich das Gefühl, Wir laufen die ganze Zeit irgendeinem... Ach du Wichser. Okay, er hat eine Batterie auf dem Rücken. Und werden die sicher irgendwo brauchen müssen. Die Musik, also ist das... Ah, ah, ah! Vielleicht gehen wir jetzt auf die andere Seite vom Raum, dass er nicht zu uns schaut und reissen ihm dann die Batterie aus dem Rücken, dass wir die... Das kann gut sein. ...irgendwo benutzen können. Rechts ist ein Ding, ein Raum. Ah, da Strom holen und da Strom rein. Und hier kann man die Batterie... Ich brauche zwei Batterien. Hat hier wieder eine herumliegen? Nimm mal den Strom. Wohin? Hier rechts. Da sind wir jetzt wieder oben, wo der ist. Ah doch, das ist der Nebenraum. Wir dürfen einfach da hin. Ja, okay, er schaut uns an. Ah, ihn umdrehen, da runter. Und dann das Gleiche nochmal. Okay, da runter jetzt einfach. Ah, ja, easy. Einfach schauen, dass wir nicht zu nahe herangehen, dass er sich nicht aus der Sinn wieder umdreht und wie wir da neu machen müssen. Ja! Ja! Ja, zu ihm ist er. Ja, da können wir wieder runter. Okay, da haben wir eine... Einer haben wir. Ist hier irgendwo eine Batterie? Friends forever. Ah, cool. Was ist eigentlich hier durch? Hier waren wir noch nicht. Ah, hier ist eine Tür. Da brauchen wir zwei Strom. Ja, ja, ja. Oh, los, 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 los. Okay, wir waren zu schnell. Wir waren zu schnell, dass ich mich erschrocken habe. Wir waren zu schnell. Okay. Okay. Folge ihm. Ja! Wir fackeln die ganze Bude jetzt ab, ey. Er sollte jetzt wahrscheinlich irgendwo eine Batterie sein. Ich bin jetzt komplett aus dem Horror-Teil raus. Also, ich bin wirklich absolut gar nicht mehr im Horror-Feeling gerade. Ja. Maske. Maske. Okay. Okay. Ach, hier ist die Warte ruhig. Ah. Ja. So. So. Und jetzt wieder da hoch. Und der an. So, dann jetzt den hier. So. Mit dem kannst du den ziehen und mit der anderen Hand den aktivieren. So. Okay, jetzt runterlaufen, runterlaufen. Ah, der lebt sogar oben. Links. Was ist links? Ich wollte schauen, ob da uns jemand beobachtet. Nein, lef. Das gibt mir kein gutes Gefühl, scheinlich. Egal, komm, rauf da. Jetzt schrecken wir hier fest. Oh, leider nicht. Ah, geht's hoch. Oh, okay. Das ist die Außenwelt, so. Alter. Oh. Oh. Nein, nein. Lass uns gehen. Hey. Hey. Hallo. Guten Tag. Danke, dass du mich nicht umgebracht hast. Okay. Oh, ist so geil animiert. Ich bin schon, ja. Aber ist komplett überbelichtet. Und M, los, spring. Hi. Hi. Oh. 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 Danke. Ach, danke schön. Oh, nein. Nein, hallo. Schau in den Raum, bitte. Wir sehen, was uns angreift. Oh, wir müssen jetzt unter der Statue. Aber nicht mehr heute. Also, meine Damen und Herren. Oh, jetzt haben wir noch eineinhalb Stunden aufgenommen. Lass ein Like da. Lass ein Abo da. Lass die Glocke wegschmeissen. Lass die Glocke wegschmeissen. Oh, jetzt etc. Oh, ah. Welcome, in real house- in real house- styling.